Arschabputzen kostet extra. Dieses brisante Insiderwissen kann Ihren Angehörigen das Leben retten. Schläge, Misshandlungen, Vernachlässigung. Das ist alles trauriger Alltag im Umgang deutscher Pflegedienste mit alten, kranken und pflegebedürftigen Menschen. Vielleicht noch nicht die Regel, aber längst keine Ausnahme mehr. Schützen Sie Ihre Angehörigen. Ein langkriegiger Kenner der Branche packt aus und enthüllt schockierende Details. Zugleich empfiehlt er handfeste Strategien, mit denen Sie Gefahr für Leib und Leben sowie die geldgierigen Todesengel erkennen. Lesen Sie dieses Buch oder sollen zum Beispiel Ihre alten Eltern Opfer dieser Machenschaften werden. Zu dieser aktuellen Ausgabe gehören bei dem gebundenen Buch als Beilage auf einer kostenlosen CD-ROM anpassbarer Schriftverkehr und weiterführende Informationen bezogen auf den Inhalt dieser Publikation. Beim günstigeren Download sind im Paket sämtliche Unterlagen von der CD-ROM ebenfalls enthalten. Nutzen Sie auch das kostenlose Informationsmaterial auf dieser Webseite. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie entspannt.